Hallo ihr Lieben, es ging für uns endlich mal wieder aufs Turnier und die Laune war wirklich richtig, richtig gut, obwohl das Wetter einfach überhaupt nicht mitgespielt hat. Es hat geregnet ohne Ende, aber ganz ehrlich, was soll's. Das konnte uns die Laune natürlich nicht verderben. Beim Abreiten war Bella auch richtig schön locker, auch hier beim Abspringen echt mega. Und dann ging's auch schon los. Wir sind ein M1 Sterne Zeitspringen geritten und hier auch der Ochsa, ja, das war einfach ein abnormales Gefühl. Sie ist einfach nur geflogen und hier auch die Linie. Wir konnten den Ochsa richtig gut treffen und dann linksrum weiter die enge Wendung. Ich war wirklich happy, dass ich so ein gutes Gefühl hatte. Mein Auge war auch wirklich da und auch diesen Ochsa wieder richtig, richtig toll. Die Kombination, danach ging's dann nochmal eng rechtsrum und dann hinten den Schluss Ochsa. Ja, ich war happy ohne Ende. Wir waren tatsächlich noch platziert, waren sieb da und haben danach natürlich erstmal gefeiert.